So Leute, das ist jetzt mein erstes auf-und-jahres Video. Zum einen schreibt mal bitte eure Vermutung, wie lange ich daran geschnitten habe, in die Kommentare. Das würde mich über mich gerne interessieren. Und schaut es am Ende und schreibt mal bitte eure Meinung, was ihr davon haltet. Bitte wirklich auch ehrlich schreiben. Also wenn ihr sagt, das ist jetzt übertrieben, dann schreibt auch, es ist übertrieben in die Kommentare. So herzlich willkommen zur ersten Folge von meinem Nicht-Mehr-Daily-Besser-Edit-Bla-Content. Der sechs Stunden Stream ist vorbei, weil es letzten Endes... Drei. Drei. By the way, danke an Tim, der mit mir die Zeit halt durchgezockt hat. Und auch danke an alle Zuschauer, die aktiv im Chat waren, auch wenn ich fand, dass tatsächlich der Chat ein bisschen vernachlässigt wurde. Also jetzt nicht von mir, sondern von... Dass mir das nicht beschrieben wurde. Nicht beschrieben wurde. Nicht beschrieben wurde. HALT DIE FRESSE! Aber gut, ich beschwere mich nicht. Beschweren kann ich mich da normalerweise eher weniger. Und ich habe eben noch ein paar ganz entspannte Runden. SISGO Vodka Bleat hinter mir. Suka, 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 Bleat, Suka, 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 Bleat. Und... Schade. War dann halt vielleicht ein bisschen anders, als ich es geplant hatte. Nein, doch! Jo, warte, mein Spiel ist gerade am Marsch, also komm gleich wieder. Super Idee. Jo, Tigi, warte mal. Spielstopp. Ich habe Spielstopp gesagt, also ne, das ist nicht jetzt sehr verletzend, dass ihr nicht auf meinen Spielstopp hört. Chantal! Ja? Oh, leise! Bruder! Der Ehrenmann, dass er mich sandwiched. Chantal! Ja? Oh, leise! Ich lasse den Türkisen jetzt. Versuche den grünen zu bekommen. Und dann hätten wir das auch. Mach mal, ich täusche an. Ich täusche an. Noch nie was von Knockback gehört, gell? Irgendwann später. Ja, also Bad Wars wird sehr gut vollaufkommen, muss ich es zugeben. In der Tat. Mein Eisenherr, Herr Hunt gecraftet. Meine Eltern angerufen, Angst, ja. Ich würde euch vorschlagen, alle guten Dinge sind. Und deshalb bekomme ich jetzt auch Teile für die ganze Amorbars. Wunderschöner Angel. Droppen wir mal auf den drauf und feieraspekten den. Weil der Feieraspekt an meinem Schwert ist ein wichtiger. Diggi, ach halt, aber. Ähm, ich glaube, ich hatte auch nicht verzählt. Dann müsst ihr jetzt alle guterweise. Okay, Diggi. Ich habe die Klassen ein bisschen im Grupp-Vortal. Oh, Diggi, wir haben beide Dings. Und er baut sich direkt weg, weil er weiß, dass ich zu gut bin. Direkt knapp. Das ist dann auch das Einzige, dass sie besser sind als dieser Satz war auch nicht deutsch. By the way, falls ich jetzt ein bisschen leise rede, was ich, das glaube ich... In der Tat. Ähm, perfekt. Ich habe mal gucken, alle guten Dinge sind zwölf. Ich zeige Ihnen meine Klasse. Für die, die es nicht wussten, ich habe ein Texture Pack mit sogenanntem Invincible Glass Overlay. Das ist halt im Texture Pack verhandelt, finde ich es schlecht, aber... Nochmal ganz kurz, er hackt nicht, wollte ich mal ganz kurz gesagt haben. Meine krasse Axt. Ich würde ihm das fürchten lehren. Junge, ich denke, sich jetzt nicht ernsthaft wie so ein dummes Stück Scheiße, ne? Haha, dass du verreckt bist. Und du, Huren, willst mich jetzt abstrauben, oder? Verarschen kann ich mich selber, dazu brauche ich dich nicht. Ich hoffe, dass du das weißt. So, ganz gut. Wieso? Ich habe mal verschlagen, ich mache hier einen Abbruch hin. Ich mache den Abbruch immer schon. Es ist schön warm. Es lösen sich Verschreinungen im Rücken. Es ist schön. Warte mal, das läuft jetzt nicht. Ich habe durch den Abbruch gesprungen. Ich habe das geschickt. Das geht nicht. Aha. Okay, kriegen wir den? Computer, sag nein. Na gut, das war's dann schon wieder für heute gewesen. So kurz war die Aufnahme gar nicht. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, lasst es mal sehr gerne in Form eines Kommentars unter diesem Video. Zeigt es mir sehr gerne. Bis dann. Ciao. Ciao.